Ja, in diesem Video werde ich auf einen Mythos eingehen in der Welpenerziehung, nämlich das Thema Welpenschutz möchte ich aufgreifen. Das ist einer von diesen Sprüchen, die man immer wieder hört, nämlich man müsse sich keine Sorgen machen, wenn man seinen Welpen mit anderen Erwachsenenartgenossen zusammenlässt, denn die sind ja tendenziell mit Welpen freundlich und deswegen kann da eigentlich nichts passieren. Ich werde euch in diesem Video zeigen, dass dieser Spruch nicht komplett falsch ist, aber auch nicht nur richtig und dass das Thema etwas komplexer ist. Deswegen, wenn ihr wissen wollt, was es auf sich hat mit dem Thema Welpenschutz, dann bleibt jetzt dran. Vielleicht seid ihr ja auch schon mit dem Mythos konfrontiert worden, nämlich ihr müsst euch keine Sorgen machen, wenn ihr mit eurem Welpen auf erwachsene Hunde trefft. Die beißen kleine Welpen nicht, die tun denen nichts, denn sie haben sozusagen eine eingebaute Beißhemmung, weil sie eben bei Welpen noch freundlich sind. Und hier muss man sagen, dieser Mythos hat einen wahren Kern, aber ist so in dieser Vereinfachung einfach nicht wahr. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr auf Hunde trefft, egal welchen Alters, müsst ihr immer schauen, ob der andere Hund freundlich ist und den Kontakt zu eurem Welpen mag und umgekehrt, ob euer Welpe den Kontakt zum Artgenossen will. Nicht jeder andere Hund möchte Kontakt zu Artgenossen haben und nicht jeder Artgenosse möchte Kontakt zu Welpen haben. Es gibt sogar erwachsene Hunde, die Welpen förmlich hassen, einfach weil sie vielleicht so unangenehme Erfahrungen mit Welpen gemacht haben und überhaupt keinen Kontakt mehr mit ihnen haben wollen. Und das ist natürlich zu respektieren. Also ganz, ganz wichtig mal, bitte euren Welpen nicht einfach so zu jedem anderen Hund hinlassen. Das gilt im Welpenalter aber natürlich auch, wenn euer Hund erwachsen ist. Denn es gibt verschiedenste Gründe, warum ein anderer Hund eben keinen Kontakt will. Deswegen gilt Regel Nummer 1, bevor ihr euren Hund zu einem anderen Hund hinlasst, bitte immer mit dem Besitzer euch absprechen und dann noch schauen, ob die beiden Hunde kompatibel sind. Der Grund, warum es diesen Mythos gibt, des Welpenschutz, ist der, dass man durchaus beobachten kann, dass die meisten Hunde freundlicher mit Welpen sind und da durchaus noch geduldiger sind. Also ihr werdet auf der Hundewiese auch bemerken, dass sich viele Welpen noch etwas frecher verhalten können oder eben wilder verhalten, ohne dass sie von erwachsenen Hunden gemaßregelt oder gar geschnappt oder gebissen werden. Also tendenziell sind die meisten Hunde tatsächlich geduldiger und freundlicher mit jungen Welpen. Ganz, ganz wichtig ist hier aber zu beachten, dass man eben durchaus manchmal Artgenossen dazwischen hat, denen ein Welpe doch zu wild wird. Und hier solltet ihr auf jeden Fall einschreiten, falls ihr merkt, dass der andere Hund überfordert ist mit eurem Welpen. Also ganz, ganz wichtig, ein Welpe ist kein Freibrief. Ihr solltet immer darauf achten, ob sich der andere Hund mit der Interaktion mit eurem Welpen wohlfühlt. Also eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, euren Welpen zu beschützen vor anderen Hunden, aber auch andere Hunde zu beschützen, falls euer Welpe mal zu wild wird. Und ihr merkt, der andere kann eurem Hund einfach keine Grenze setzen. Was außerdem wichtig ist, ist zu beachten, dass wenn ein Welpe am Anfang sehr wild ist und beispielsweise beim Spiel mit anderen Hunden das geduldet wird, weil er eben noch so klein ist, heißt das nicht, dass das geduldet wird, wenn euer Hund auch erwachsen ist. Also ganz, ganz wichtig, bitte euren Welpen nicht einfach überall rein donnern lassen, nur weil die anderen Hunde ihn nicht beißen. Denn in weiterer Folge wird euer Hund irgendwann erwachsener und es kommt der Tag, an dem auch erwachsene Hunde nicht mehr so geduldig mit eurem Welpen sind. Und da kann es dann ganz schnell zu Missverständnissen führen, denn euer Hund wird nicht verstehen, warum er bis jetzt immer der Wilde sein durfte und plötzlich nicht mehr. Also bitte passt da auf. Gerade beim Übergang zur Pubertät sind viele Hunde überhaupt nicht mehr geduldig mit kleinen Welpen. und da kann es dann ganz schnell zu Frust oder Aggressionsproblemen führen, weil euer Hund eben sich dementsprechend nicht so verhält, wie er es hätte lernen sollen. Ganz, ganz wichtig, bitte leitet euren Welpen an, sucht ihm ruhige andere Hunde, sodass er auch den ruhigen höflichen Kontakt zu Artgenossen lernt. Und ja, und zu guter Letzt, ganz, ganz wichtig, es gibt Hunde, die Welpen überhaupt nicht mögen. Und da kann es wirklich gefährlich werden, wenn euer Welpe auf so einen Artgenossen trifft. Da kann er durchaus auch gebissen werden. Also bitte seid da vorsichtig. Und wenn ihr spazieren geht und ihr seht, dass ein anderer Hund aggressiv wirkt oder ihr merkt, dass er steifelt und sich nicht wohl fühlt, wenn ihr mit eurem Welpen da entgegenkommt, dann weicht bitte großzügig mit eurem Welpen aus. Ganz, ganz wichtig, dass ihr euren Welpen bitte nicht in einen Konflikt führt oder in eine unangenehme Situation. Und der andere Hund wird es euch vermutlich danken, dass ihr mit dem Welpen nicht in seine Nähe gekommen seid. Also, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kurzen Video helfen und einen Einblick geben in das Thema Interaktion von Hunden untereinander. Und ihr wisst nun, das Thema Welpenschutz stimmt so nicht. Ihr müsst natürlich immer aufpassen, mit wem euer Welpe Kontakt hat. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, ob der andere Hund ein geeigneter Kontakt ist, dann weicht lieber aus. Im nächsten Video werden wir wieder auf einen Mythos eingehen. Lehm nicht auf den Mythos, man muss dem Welpen das Futter wegnehmen. Auf dieses Thema werden wir nächste Woche eingehen. Und ich werde euch zeigen, dass das so in dieser Form auch nicht stimmt und warum das der Fall ist. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Training mit euren Welpen.